BRING IT ON! Der erste gegen den Achti, auf dem Papier das klarste Duell. Und auch auf dem Eis wäre alles andere als ein Durchmarschtier grosse Überraschung. Der Dachshedden ist aber bekannt, dass er schon in der Qualifikationsphase seine Superstars forciert wie fast kein anderer. Das könnte gut hinten rausgehen. Bieler haben nämlich weniger Gegengoal in den vergangenen 50 Partien bekommen als Zuger und genau auf die Defensive kommt es in den Playoffs darauf an. Hext der Reto Bera Biel zur nächsten Sensation?